so da sind wir nun wieder und jetzt würde ich sagen jetzt hier runter gerade noch rechtzeitig und ich brauche wieder meinen helmen mein helm sonst fressen mich die sicher hier nun ja schon aus wo Habs gewusst, dass das durch die Wand geht. Das tut gut. Geht leider nur einmal. Schade. Was ist das denn? Ja. Fast übersehen. Nein, scheiße. Das wollte ich nicht. Übertreib halt. Soll ich das Teil doch wegschießen? Okay. Wenn es sein muss. Zwei Magazine. Ziele. Oder sogar vier. Mach ich das gerne. Okay, sonst gibt es hier aber nichts mehr. Nein. Wieder 100 Schuss. Freut mich. Eine Handgranate. Keine Health. Kann man denn? Schade. Oh, das ist nicht gut. Was läuft denn jetzt hier ab? Was war denn das jetzt bitte? Dinger sind so schwer. Ähm. Junge. Was machst du? Ich wollte schon sagen, steht der jetzt auf oder was? Ich glaube nicht. Ach, jetzt. Geh schon weg. Überall diese Fliegen hier. Schlimm. Warte. Nein. Warte. Ich bin recht sein. Frisbee. Frisbee. Komm. Da raus. Aus dem Abfluss. Komm. Schon. Sei brav. Komm. Komm schon. Okay. Dann nicht. Nichts. So. Das muss einfach sein. Das muss einfach sein. Das muss einfach sein. Komm schon weiter. Okay. Russell haben wir verloren. Vorerst zumindest. Jetzt. Hau schon ab, man. Irgendwas Elektrisches. Wir warten uns hier. Wir brauchen zwei. Einmal den Voodoo. Und das Teil dort. Was ist das denn? Und wo ist das hin? Ich glaube in dem Raum dort. Ich bin da. Guck' drin. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das ist da. in den Raum dort. Schreck mich nicht. Oh mein Gott. Ach du Scheisse. Yo. Es schiesst einfach mit Blitzen auf mich. Ach, warte mal. Na ah. Wow. Schön. Eine Granat herverschwendet. Für gar nichts. Absolut gar nichts. Ich frage mich, ob wir das überhaupt besiegen können. Okay. Dich habe ich zumindest schon mal. Ach so, wir brauchen Stroh. Ich weiße. So was things are too insane? BANG! 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 Kann man das überhaupt töten oder was? Geht das? Vielleicht ja schon, wenn sie nicht so viel sind. Okay. sie ist tot wahrscheinlich hat auch das Vieh irgendwie das Signal unterbrochen das Vieh ist schon mal es vibriert in meiner Hand das heiße ich nicht unbedingt für gut was passiert hier ist ja gut funktioniert das ok sieht so aus als ob es funktionieren würde kurz herren danke weiter geht es ins Ungewisse langsam geht ja schon alles irgendwie nicht so zu spät storage room checkpoint 120 Schoen Okay, Employees only Oh, sieht ja vertraut, es erwecken aus Sonst zeige ich nichts Oh nein, nicht wieder so etwas So rot rot, gelb, gelb Solche Sachen kann ich mir gar nicht merken Scheiße Hä Hä Wow Richtig Gut Hä Okay Okay Oh 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 Wow Oh 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 will take me up to the substation. Oh. Hartoucha ist hier. Ja. Ist das das Einzige? Wenn ihr wüsstet, was ich gerade hier mache, in Real Life. Ich bin auf allen Vieren und schaue hier in den Grund hinunter. Ich glaube, das reicht nicht. Okay. Ähm. Schätze mal hier geht's. Weiter. Puh. Puh. Okay. Das Ding will es mir nicht aushändigen. Okay. Weiter geht's hier. Okay. Schiessen. Schiessen geht ja wohl nicht. Einen Stuhl habe ich nicht. Muss ich die Handgranate erst überwerfen. Mach du Scheisse. Geschafft. Also auf jeden Fall. Geht's zur Triebung weiter. Und damit ich hier entdurch komme, muss ich Ich weiß ja nicht, ob ich dort wirklich rein muss. Nicht abstürzen. Also ich schätze jetzt einfach mal. Ähm. Ich weiß, das wird immer noch nicht geben, ne? Wieder nicht abstürzen. Puh. Geschafft. Okay. Und jetzt... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Polymer gebracht. Wow. Danke Spieler. Danke. Vielen herzlichen Dank auch. Ein einziges Polymer. Und eine Granate verschwindet. Danke. Danke, wirklich, danke. Sieht doch alles so Zellen für die Leute. Ich muss schauen, dass ich gar nichts übersehe. Sonst wäre es nämlich etwas doof. Okay, du hast nichts mehr für mich. Schön brav sein. Warte kurz. Lebst du noch? Nein, danke. Ich habe keine Granate. Warte. Ich weiß, es wäre wohl zwar nicht der Sinn darin, aber es funktioniert. Und solange es funktioniert, sind die Spielregeln egal. Sonst noch jemand? Nein. Gut. Wie kann man die Dosis so klein zusammendrücken? Interessant. Hier gibt es gar nichts. Wir können auch nichts machen. Ah. Nein. Schön. immer alles durchsuchen. Sonst verpasst man etwas. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Ich freue mich, was das hier für Behälter sind. Ich freue mich, was das hier für Behälter sind. Äh. Wow. So sieht es eigentlich bisher sicher aus. Was soll schon schürzt? Was soll schon schief denn? Eka. Ist ja nur so, dass überall irgendwie was... Oh mein Gott. Ich habe gerade nur Husten gehört. Und da habe ich gedacht, hier wird sich was bewegen. wie er gestorben ist tut mir irgendwie schon etwas leid aber irgendwie auch nicht na hast du irgendwas nicht mehr mich höre ich die ganze Zeit schreie keine Ahnung von wo was sind schöne Geräusche mag ich mag ich ja irgendwie das teilt strom geht hier keine Ahnung was hier drin ist deswegen warte ich noch ah ah Das war mies, das war mies, Kumpel. Sieh, seht ihr, ich werde mir immer schön alles durchsuchen, wenn man sonst so viel verpassen würde. Und du hast hier noch ein Magazin für mich. Ich sehe es ja schon. Ein Schuss. Ein Schuss. Oh, crap! Ein Schuss. Be Accountable, ich habe einen Schuss. Oh mein Gott, I love this one, guys. Russell? Ah! WC Oh, ney. Oh, ney, danke! Oh, ney, danke! ... ... ... ... ... Nein, oder was? Oh nein! Willst du mich verarschen? Ich habe mich verarschen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Come on! Das ist ja schon fast ein Bossfight! Oh nein! 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 Oh, wow. Ja. Oh, danke sehr. Oh, schön. Schönen Dank auch. So, das sind Generatoren. Wow. Okay, bevor wir jetzt... Ich glaube, ein Fahrstuhl ist das. Genau, Fahrstuhl rufen. Ja. Ich habe mich für heute genug erlebt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ich habe mich für heute genug erlebt. Ich habe mich für heute genug erlebt. Ich habe mich für heute genug par distribution. molta Brau. Untertitelung des ZDF, 2020